Und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Test. Wir testen heute Forge und ich habe bisher nur Bilder gesehen, einen Trailer gesehen. Wie bei jedem Let's Test mache ich nicht sehr viel vorher. Also ich möchte mir die Spiele zwar anschauen im Trailer, ob es sich lohnt, ob es sich eventuell lohnt. Aber ich möchte auch nicht zu viel wissen. Ich fange gleich an mit dem Tutorial. Ist ja nicht so schlimm. Eventuell geht die Folge dann heute ein bisschen länger, wenn ich das Tutorial vorher noch mache. Mal schauen, wie lange es überhaupt geht. Es ist auf jeden Fall ein Online-Multiplayer-Shooter-Kampf-Weiß nicht. Man sieht, es ist schon MMO-mäßig. Okay. Okay. Hier ist das Rot. Das ist die Rot-Bar in der linken Kranie der Schraube. Okay. Okay. Also die geben mir ein bisschen Leben, brauchen aber ein wenig, um zu regenerieren. Space Jump, Shift Sprint. Kann man das auch mit Controller spielen? Nein. Mit Controller geht es also nicht. Zumindest jetzt nicht, ohne es einzustellen. Energy, Energy, Energy. Das dachte ich mir. Zack. Die Schritte klingen immer. Das ist ziemlich witzig. Oh, wie hat er das denn gemacht? Ah. Ich habe einen Wall-Jump. Okay. Was macht er jetzt? Ich will dir zeigen, wie. Achso. Okay. Da haben wir das, da haben wir das. Jetzt klingt mein Telefon natürlich. Egal. Okay. Hm. Jump, Spacebar, Move Left und Jump nochmal. Achso, ich muss erst mal klicken. Ah. Check. Oh. 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 Hab es doch geschafft. Und jetzt? Muss ich da runter? Hepp. Hm. 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 Da, 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 da. Okay. Man muss also Türme erobern. Wow. Fallschaden gibt es ja anscheinend nicht. Das sieht ziemlich interessant aus bisher. Ah. Zack. Das kann ich unendlich weit machen. Das ist aber interessant. Haha. Ich habe es geschafft. Eher nicht. Naja. Mal sehen. Wo ist er denn? Oh nein. Wieso? Ich habe es doch geschafft, oder nicht? You missed the jump. Use the ramp to get back. Und try again. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Er hat es doch versaut, nicht ich? Er hat es doch versaut, nicht ich? Ah, hier kann man blocken. Sieht auch witzig aus. Zack. Ich habe es doch geschafft. Okay, das habe ich jetzt verpasst. Aber eigentlich hat er es ja verpasst, nicht ich? So, ich gehe einfach mal weiter. Hm, 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 hm. Aha. Wollt haben zu selber nicht. Baba, 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 Baba. Blocken, 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 Blocken. Ja, 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 ja. Ah, der ist aber schnell. Ich dachte nicht, dass er so schnell zuhaut. Und jetzt? a Ja, sehr dynamisch. So gut. Ah, jetzt zum Health-Srank. Und dahin muss ich's hinbringen. Das war doch gar nicht mal so schlecht. Okay, das waren jetzt die Basissachen. Aha. Pathfinder ist also eher... ...Assassin... ...Pathfinder... ...Oh, Pyromancer. Schamane. Okay. Ist noch mehr? Revenger. Ich nehm einfach mal... ...den Pathfinder. Ah, hier kann ich also normal angreifen. Oh. Achso, 5. Ah, okay. Okay. Muss ich den Dünnen holen. Ja. Okay. Ja, komplett. Damit kann ich festhalten und damit... ...Ahh. Auf der 6. Auf der 6 anzukommen ist aber auch... Soll mal bis 7 hochgehen? Gott, da muss man mal was an der Steuerung ändern. Ich glaube, die paar Sachen muss ich mir, glaube ich, auf die Maus legen. Später. Mal schauen. Mal schauen. Erstmal geht's ja auch so... ...Hey, auf die 8. Das muss ich ja voll weit weg. Mal schauen, wo sind die 8. Genau das ist das Mikrofon. Ach, ich soll's dir noch unter die Füße legen, oder was? Oh. Weitere runter geht aber nicht. Okay. Soll ich nur besiegen? Ist ja kein Problem, der war ja schon fast tot. Das sind jetzt quasi die Klassengeiz, oder wie? Ah, nicht mal so schlecht. Gefällt mir. Klasse, gefällt mir auf jeden Fall. Ich kann mir kaum mit, ich weiß, es war immer standig still. Das wird nicht camouflage. Das mache ich die 7. das ist ja ziemlich coole fähigkeit jetzt machen wir die 7 war das und noch mal die vier dann bin ich nämlich am helft rein na komm die sind weg das ist jetzt nicht sicher keine ahnung es ist schon mal die falsche ganze gedrückt er sieht mich nicht er sieht mich sehr interessant also kann man hier noch mal eben ich denke mal das tutorial habe ich verstanden ich mach einfach mal play es geht ja jetzt nicht darum gut zu sein sondern einfach nur um es mal zu testen und ich nehme einfach mal flamestrain kann er heilen einfach mal den pyroman und respawn es ist jetzt team deathmatch bin ich alleine mit einem seiner tun tun da war doch immer einer holen da ist sehr nett oder ist er nicht nett sieht nicht so aus ist ich selber noch das stand hier ich habe das gleiche gemacht warum rennt der jetzt weg hallo bin ich ja nicht so nett jetzt rennt er weg so eine sau hey komm ich will doch nur meinen ersten kill hab ich ihn hä ich hatte doch eben noch so viel prozent ich glaube sie das server ist einfach nur leer ich gehe mal eben ins menü wenn wir nur ein spieler macht das natürlich keinen sinn finden finde ich ich gehe mal auf custom gehen Browse server babam ja play team deathmatch da geht er wieder auf irgendeinen server raus ähm wir machen einfach mal ein bot game ich will jetzt nicht in den steam dann ist ja natürlich alles was ist das ne ähm bot so da und wir nehmen einfach mal den schaman oder halt er nur hm 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 das vielleicht nicht nur machen wir auch den schaman das ist glaube ich nur ein heiler das ist vielleicht nicht so gut das auch nicht wirklich mann erliebt vielleicht vorher die fähigkeit mal durchreden sollen wird ja noch mal probieren wenn ich ja tschets kleines nehmen wir einfach mal die nun nirgendwo so so scheint schon er dann kann er auch angreifen kann er auch jetzt hat er mich irgendwie man muss immer quasi die punkte aufbauen dann wieder drauf zu hauen allerdings okay ok gehen wir zum menü und dann würde ich sagen so wie ich das gerade gesehen habe ich werde mir mal einen server über steam suchen das heißt ich werde mal kurz die aufnahme unterbrechen werde einen vollen server suchen und werde dann sofort ohne dass eine neue folge kommt das hier hinten dran hängen und dann sage ich mal bis gleich also und willkommen zurück zu fort und für euch war das ja nur also ein paar sekunden aber ich habe jetzt einen server gefunden und er sieht trotzdem leer aus ok eben stand dass dafür sechs leute drauf sind um nur die märz nur die märz für den daraus ist das ist eigentlich nun nun heilig mobilte und mit es ist ein was ist jetzt A Renden und wir nehmen den perfekten einfach den mit dem zu vermeiden Auseinandergesetzt also was ich so gesehen habe und die auch noch auf E nach der Kombination auf E ist dann der Wolli ja habe ich die Steuerung nicht umgeändert was ich so gesehen habe leider leider gibt es kaum belegte Server obwohl ich das Spiel eigentlich gar nicht schlecht finde ich finde es eigentlich recht witzig lässt sich auch ganz gut spielen die Grafik ist auch okay free to play die Klassen sind recht interessant ich habe jetzt natürlich wird es jetzt nicht jahrelang Spaß machen denke ich mal aber ich verstehe also die Server das höchste was ich jetzt gefunden habe waren 6 6 Server 6 Leute äh ne 6 Leute insgesamt also nicht 6-6 sondern 6 insgesamt ähm kämpft er oder kämpft er nicht? ne er kämpft nicht ähm ja ich versuche einfach mal die Runde ich werde es mal im Auge behalten das Spiel ist glaube ich nicht neu hier ist eigentlich nicht viel los ich finde es eigentlich schade dass es so wenig Server gab also es war jetzt nicht mal also ich habe jetzt geguckt ich kenne mich zwar damit nicht so ganz aus mit den Steam Servern weil das alles noch für mich relativ neu ist weil ich nie wirklich Steam Spiele gespielt habe diese Gratisspiele und die Spiele die ich gespielt habe waren meistens eher Singleplayer da ich nicht so der Multiplayer Typ bin ähm die Karten scheinen recht groß zu sein dafür dass es so wenig Leute spielen ich gucke mal ob ich irgendwie in die andere Basis reinkomme ist die da oben? ob ich da oben hinkomme oder so ich bin natürlich jetzt Bogenschütze deswegen ist das für mich jetzt ziemlich schlecht wenn ich jetzt in den Nahkampf gehen muss vielleicht sollte ich auch einfach meine Klasse wechseln der andere hatte anscheinend diesen anderen der mit dem der auf Sustain spielt hier müssen die anderen sein zumindest der Stützpunkt von denen oh jetzt tötete er ihn meinen Kollegen oder ah ja er hat meinen Kollegen getötet ich bin jetzt noch 2 gegen 3 und dadurch dass ich keine Ahnung von dem Spiel habe es gibt keine Gegner es gibt schon Gegner aber die sind kaum zu finden da da oben oh okay 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 was war das jetzt? oh gerade dürfte die Steuerung klarkommen hier da gab es doch irgendwie so einen Stun aber was hier los ist hallo die Klasse gefällt mir, die er hat naja okay, die laufen anscheinend nur noch zu zweit rum mit dem Bogenschützen kann ich hier nicht viel machen ich wechsel mal die Klasse nochmal auf den oh auf den Typi oh da ist noch einer Tinker ich kann nicht gesehen, dass es noch einen gibt shut nehmen wir einfach mal die keine Ahnung, die kann anscheinend auch schießen oh der kämpft anscheinend wieder kann ich jetzt leider nichts nichts großartiges zeigen oh, was war das jetzt? ach, das ist so eine Art Ingenieuren ne, ich glaube die bringt mir hier nicht viel ich nehme einfach auch mal den hier der kann also quasi wechseln, ob er mit der Kette angreift oder ob er mit dem Schwert angreift oh, hat er mich jetzt rangezogen oder habe ich ihn rangezogen? oh oh, ich hätte ihn mal nicht ranziehen sollen, glaube ich die Steuerung ist echt ein bisschen nein, werde ich ja wohl nochmal erwischen hier ich hätte noch mal die Klasse und jetzt nehme ich doch mal den Ingenieur oder was ich finde die Steuerung echt ein wenig die ist ja cool ein wenig unglücklich aus diesem Grunde dass ich auf 8 und 7 schwierig ankomme shit wo ist der? warum ist denn der gerade gestorben hat? hat er sich selber umgebracht? also hat er die Klasse gewechselt? da vorne ist einer Nahkämpfer scheinen hier ziemlich hohen Vorteil zu haben so wie ich das so sehe dass ich den hier allein zu besiegen ist nicht ja okay, die scheinen echt gut zu sein die scheinen auch immer nur zusammen zu spielen, die beiden kann ich auch jetzt nicht zu viel machen ich kann mich reparieren ne, kann ich nicht viel machen hm ja, in der Wand springen kann man kann man auch nehmen wir einfach mal den Assassin kann er mich sehen? anscheinend nicht okay, also unsichtbar machen ist schon mal cool aber bringt mir auch nichts wenn ich alleine gegen 3 spielen soll besonders wenn die ihre Klassen kennen ich hab jetzt natürlich ein bisschen Pech mit dem Server ich weiß nicht, ob irgendeine andere Uhrzeit mehr los ist das macht auf jeden Fall Spaß mehr als ich gedacht habe am Anfang allerdings wie gesagt man braucht, glaube ich, ein paar Leutchen mit denen man zusammenspielen kann ja, komm ich da irgendwie ran schade ich muss ja irgendwie doch hochkommen können nach da vorne springen sie auch noch runter ich will auch runter ach die kämpfen gar nicht gegen einen doch, haben sie kann mich anscheinend jederzeit wieder unsichtbar machen na komm, V ne ja, ich würde mal sagen so hat das nicht wirklich Sinn ähm die Klassen sind auf jeden Fall ausgewogen würde ich sagen ich kann jetzt nicht sagen ob sie balanced sind oder nicht das kann ich nach einem Spiel nicht sagen man muss sich da ein bisschen reinfummeln aber es kann schon Spaß machen, das Spiel für ein Free-to-Play-Spiel auf jeden Fall sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen wenn man Spiele mag wie ähm wie hieß denn das? Herr der Ringe, ich glaube die Eroberung hieß es es ist eigentlich genauso nur dass es Free-to-Play halt ist und dass die Server leer sind aber vielleicht könnt ihr das ja ändern vielleicht kennt ihr auch Server die voller sind dann werde ich auf jeden Fall nochmal eine Folge hinterher hauen wenn ihr mich anschreibt und mir sagen könnt ähm dass ihr vielleicht einen Server kennt wo mehr los ist weil hier ist es ja ein bisschen langweilig und ich denke mal es hat auch keinen Sinn die ganze Zeit hinzugehen und nur anzugreifen naja ich gehe ja auch hier mal eben raus oh oh ich habe Channel gedrückt und dann würde ich sagen wir sehen uns beim nächsten Letztest und ja ich bin raus also ciao bis zur nächsten Folge wir sehen uns beim nächsten Mal so